Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Nicht nur sportlich, sondern auch finanziell gesehen ist der Bundesliga Aufstieg von enorm großer Bedeutung. Denn in der kommenden Spielzeit schon und Schalke haben wohl nach einer neuesten Rechnung mindestens 30 Millionen Euro mehr zur Verfügung. Und das könnte natürlich auch ein Geldregen nach dem Aufstieg bedeuten. Denn wie die Sportbild vorrechnet, winkt im Aufsteiger ein warmer Geldregen für die Spielzeit 2022-23. Denn die Einnahmen aus TV-Verträgen sollen um rund 20 Millionen ansteigen. Das zeigt auch nochmal mehr, wie krass einfach die Differenz ist zwischen Bundesliga und 2. Liga allein an TV-Geldern. Und das schon ein riesen Batzen ist. Weiterhin gibt es auch gute Klauseln mit unseren Sponsoren, die festgelegt wurden. Denn diese Zahlungen werden im Falle der Bundesliga-Rücke erhöht. Und dazu kommt es ja jetzt. Hier darf Schalke wohl mit rund 10 Millionen Euro Mehreinnahmenvergleich zur aktuellen Saison rechnen. Laut dem Magazin beträgt unser Budget für die kommende Saison dann ungefähr 38 Millionen Euro an Etat. Zum Vergleich, Arminia Bielefeld, aktuell Vorletzter, hat mit 25 Millionen Euro in der Bundesliga geplant. Also es wäre schon ein Budget, was für einen Aufsteiger sehr, sehr gut wäre, mit dem man auch richtig was anfangen kann. Wäre jetzt aber auch kein utopisches Budget, wo wir irgendwie Schulden aufnehmen müssen, damit wir so viel Etat bezahlen könnten. Es wäre einfach ein solides, mutiges Budget für die Bundesliga. Und natürlich klingt das erstmal nach warmer Gelddregen. 30 Millionen durch TV-Gelder und Sponsoren, 38 Millionen an Etat. Aber natürlich werden auch die Kosten steigen. Denn vor allen Dingen gibt es einen Mehraufwand in Sachen Gehaltszahlungen. Denn nahezu alle Verträge unserer Spieler wurden im letzten Jahr abhängig von der Spielklasse geschlossen. Das heißt, im Durchschnitt sollen die Gehälter für die beforschende Bundesliga-Saison um rund 35 Prozent ansteigen. Aber auch das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Denn Schröder hat ja ganz bewusst Verträge aus, die in der zweiten Bundesliga etwas günstiger sind als in der Bundesliga. Und etwas weniger Gehalt verdienen eben. Und deswegen ist es auch vollkommen logisch, dass die Gehälter jetzt ansteigen. Und um noch mehr Geld dann auch für den Bundesliga-Kater zu haben, plant wohl Schalke auch den Verkauf von weiteren Spielern. Natürlich sind da Spieler wie eben Matondo, Kabak, Arid als Leihspieler-Kandidaten. Aber natürlich auch vielleicht Malik Czau, um einfach da auch wirklich nochmal ein besseres Budget zur Verfügung zu haben. Eure Meinung zu Schalkes Finanzplanungen mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, Czau! Und Glück auf! Anale Schalker!